Hallo und herzlich Willkommen ihr Lieben zu neuen Runden The Forest mit Walter René und mir der Vorzuckersucht. Juhu. Ja dann sage ich auch mal Hallo. Schönen guten Abend. Herzlich Willkommen. Ich muss mich immer mal kurz drehen, meine Maus eindrehen, aber jetzt bin ich wieder am Start. Ja genau so René. Guck, 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 der läuft schon die Erste. Die Erste. Nee, Kannibalen. Guck, da kommt schon der Oberchef. Wir haben eben nicht die Ruhe gleich am Anfang. Guck dir das an, drei schon. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Unglaublich, gell? Ja. Vier. Das ist natürlich sparsam, was ihr da habt. Sparsame Geschichte. Ja genau, immer noch. Immer noch vier. Ich brauche erstmal eine Bibibille. Ja, haben wir immer auch denselben Plan. Bist du abhängig für dein Tablettenabhängig. Ja, ja, ich bin Tablettenabhängig. Tablettenabhängig. Wenn ich die Not da draußen sehe, nehme ich auch gleich die Pille. So, jetzt kommt der Headshot-Master. Ui. Oh, die sind ganz wild. Ich glaube, die brache an die Pille. Ich kann ja mehr schon wieder, ey. So. Oh, Headshot. Wuhu. Kommt her. Ich bin bereit. Oh, wie schön ist das denn. Guck mal hier. Ist das nicht ein schöner Beginn? Komm, wir gehen raus. Rambazamba in die Pampa. Ey, lässt du den ja in Ruhe. Raus du den nicht. Mensch, geh nach Hause. Ah. Oh, Hilfe, Hilfe. Ich bin rausgeflogen. Warte. So, jetzt bin ich wieder da. Hoffe ich jedenfalls. Warte, ich muss mich kurz eindrehen jetzt. Wie sieht dein Daumengesicht aus. Ach, Hilfe. Was hat der denn da? Ja, hat der. Ja, seit weit. Oh, die haben auch Affidgetes aufgestellt, gell? Zur Warnung. Oh, oh. Die machen alle kaputt. Alle kaputt. Was hat der da am Gesicht? Hat doch sich eine Gürbel drum geraten? Tja, keine Ahnung. Ich glaube, wir könnten sogar hier drin einen Käfig aufstellen. Oh, das muss ich mal machen. Was für die Zombies? Was denn? So, ich gehe in den Wald. Ach so, die Knüppel, die habe ich schon. Ja, ich mache nämlich jetzt die Tür weg. Ja, wo sind unsere Einkaufsfragen? Da hinten. Und dann wollen wir nämlich auf Jagd gehen. Wir brauchen nämlich mal ein paar Schweinchen und wir brauchen auch noch ein paar Rehe. Richtig. Und ich will, ich würde gerne da hinten langlaufen. Da ist nämlich, ich sage immer so schön, eine tolle Sommerresidenz, so nenne ich es. Und da gibt es nämlich Schweinchen und alles Mögliche. Und da können wir doch mal hinlaufen. Das machen wir denn. Ja. Da haben wir doch schon mal einen Plan. Genau. So, wenigstens ein Hasen. Und ja, ich jag in der Zeit, gell? Weißt du Bescheid? Ach, den habe ich auch getroffen. Ich bin voll der Pfeil-und-Bogen-Mensch, ey. Also, wenn ihr Hasenfeld braucht, ich habe. Bitnos, hi. Hallo und Frieden sein mit dir. Ja, danke schön. Hallo Hoshi, servus. Ja, wir haben, also, wenn ihr uns gerne mal Feedback geben möchtet, wir haben nämlich die Qualität ein bisschen verändert und es sollte, wenn alles gut läuft, auch besser laufen. Ja, nicht mehr so ruckeln. Genau. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir mal Luki-Luki. Genau. Baumfeld. Und ich übe halt jetzt schon ein bisschen mit Pfeil-und-Bogen umzugehen, wie ihr seht. Ich bin fleißig auf Jagd. Hurra, die Jagd ist eröffnet. Ja. Du musst ja schon mal trainieren für die ersten Höhlenrunden. Ja. Das ist richtig. Ja. Ich bin bereit. Bist du bereit? Yeah. Sie ist auch bereit. All right. Ach du Heiliger, ich bin schon wieder außer Brust. Was ist denn hier los? Es skammelt gerade Blätter. Das hat ja nicht viel gebraucht. Was? Du Monster, der arme Hoppelhase. Ach Quatsch. Der war schon alt. Ja. Der hat schon Hasen-Rente gekriegt. Ja. Häuser-Rente. Hm. Du hast halt gleich Rente gekriegt. Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht die ganzen Affidges wegmachen würden, sollten, müssen, dass sie sich nicht da die Zeichen geben, dass wir irgendwie Fremde sind, die, weiß ich nicht. Das sind doch keine Fremden. Das sind doch alles Hausbewohner hier. Ja. Oh je, jetzt überfutter ich mich aber hier. Wir brauchen ja unbedingt mal eine Bank. Alkohol. Ach du Scheiße, was habe ich denn viel? Ei, ei, ei. Ich habe so viel Alkohol in der Tasche. Wenn es läuft, dann läuft es, würde ich sagen. Muss das so dunkel werden? Ja, weil ich den Holzfragen brauche. Ja, es ist schon extrem dunkel. Guck mal. Eine fliegende Medizinflasche. Das Dua-Dessen-Kostüm soll ich anziehen? Okay. Warte, mache ich. Nein. Oh. Ich bin übrigens im Flugzeug, wenn ihr mich sucht. Ich bin nicht in der Haus. Bitte Kinder, schau dir. Genau, du musst jetzt so weit trennen. Das ist doch scheiße. Mist. Auwe. Am besten bleibe ich im Flugzeug, da bin ich sicher. Da hat mich angezündet. Ich nicht. Auwe, auwe, auwe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich komme, warte. So, jetzt habe ich das Dua-Dessen-Kostüm an. Und ich habe ein Loch unter der Wand. Passt ja, hä? Es ist ein Traum. Ach, war doch seine Freundin. Wie, meine Freundin? Meine Freundin ist nicht da. Warte mal, das geht so. Pass auf, wir wirft ja noch mal einen Molotow. Nein. Sind die Molotow-Menschen schon da? Ja, ja. Ja, schick, schick. Du hast mich doch noch gar nicht gesehen, Bitnos. Oh, da läuft ein Kollege. Der läuft jetzt zu mir. Was? Wie viel Holz hast denn du? Anhänger voll. Ein Balken liegt drin. Wegen Doppel. Naja, ich hole Anhänger. Voll. Stille und heimlich, weißt du? Ich verstecke mich im Flugzeug. Warum? Hast du Angst? Nö. Ich war gerade so schön hier drin. Ich mache mir das gerade schön mollig. Ich habe meine Fackel an. Wir sind doch da. Wir beschützen dich. Ja, ich komme zu euch, weil ihr müsst mal den Leuten zeigen, wie schön ich jetzt ausschaue mit dem Stewardessen-Kostüm. Uch. Och, das war aber brutal. Weiß. Das Geräusch von dem Hasen. So, don't forget to take the Zähne. Äh, nee, Quatsch, Knochen. Warte, ich gehe nochmal so. Die Passagierliste habe ich doch. Haben wir die Passagierliste nicht genommen? Eigentlich schon. Wenn, dann hängst du noch im Flugzeug. Ja, ich habe die Ohr noch nicht. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Äh, hinten. Ja genau, hinten. Aber ich habe die. Und wenn, dann ist sie wo im Inventar? Am Rucksack, ne? Nee. Dann wird sie unten an bei der Sörgen, bei der Heidelberg. Ich habe die noch nicht. Ich muss wieder zurück ins Flugzeug. Okay. Gut. Klappt ja prima. Na, aber sieh schon. Mit dem Kopf. Bin ich ins Feuer dappen. So, der Rest kommt mal hier. Rauf. So. Ist da noch einer? Reit. Da ist genau zwischen den Felsen gepackt. Ach, oder? Steckt. Macht ja nichts. Nee, macht nichts. Ich muss das ganze Fleisch mal aufhängen. Die hast du hängen lassen. Ich habe das verfolgt. Oh, da kommt der nächste Mal nicht auf Wörfe. Ich muss zurück. Walter, wo ist der Baum schon? Ja, ich komme doch schon. Au, äh. Warte. Ist die Tür schon fertig? Ja, ja. Da ist auch eine Lücke drin. Na, das ist. Na, 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 na. Das ist zwar ein schönes Bauprinzip, aber manchmal ist es nervig. Ja. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles aufgehängt, was ich hatte. Oh, Reit. Kommst du nicht rein. Du bleibst draußen. Oh, sorry. Okay. Gut. Jetzt haben wir hier eine schöne Tür. Ja. Töne. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Ist das, äh, Meisterstab? Oh, ich brauche unbedingt von hier eine Plattform, dass ich runterschießen kann. Ich bin doch der Pfeil und Wurmmann. Kommt alles nach. Und hier kriege ich doch nichts. Und hier ist auch irgendwas kaputt. Aber, äh, hier kommt... Nee, hier oben, das Haus. Da steht alte Bauhammer. Hier ist irgendwas noch nicht richtig. Hör jetzt auf zu schreien. Sonst komme ich hier raus. Na. Oh, der hat mich getroffen. Alter, spinnst du nicht? Lässt du unsere Frau in Ruhe? Ist doch immerhin, ne? Nee, nee. So, schieß hier durch die Lück. Oh, sogar einer, der burnt. Komm mal her, du. Saftsack. So, wieder getroffen. Immer noch mal tot. Gibt's doch gar nicht. Ah, der steckt jetzt in der Wand, gell? Oh, lass die eins fallen. Okay, durch die Lücke schießen wird wohl nichts, wa? Bippo. Das funktioniert doch wieder ab morgen. Wir gehen jetzt raus. Let's go. Wenn die wechseln, dann... Was, ich? Gehst du raus, oder was? Na komm, wir sind zu dritt. Chaka. Go. Wo sind sie? Da. Du sollst doch nicht wieder aufstehen. Ha! Danke. Wo ist der andere Kollege? Bastard. Da liegt noch zwei. Oh. Wo hab ich denn den jetzt reingetroffen? So, warte, ich geh nochmal schnell in den Wald und hole einen Baumstamm. Da ist der Pfeil. So, was brauchst du jetzt den Baumstamm? Na, da, für das Loch, willst du doch nochmal das vorsetzen? Oder nicht? Vielleicht solltest du das eigentlich zumachen, oder? Versuchen. Na ja. Ich... Ich hol nochmal einen. Ah, da, da. Hier ist was los auf der Insel. Ja. Oh mein Gott. Action-Bur. Gefährliche Menschen. Ja. Agro-Menschen. Ja. So, ein Hasi? Das könnte glatt sein. Agro-Ritschi. Ja. Genau. Agro-Kannibalos. Genau. Agro-Kannibalos. Genau. Ich will doch keine Fallen bauen. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt was essen. Und dann gehe ich was trinken. Haben wir noch was zu trinken? Ja. Wasser. Water. Und jetzt gehe ich schon wieder ins Flugzeug, um die Passagierliste zu wollen. Heiliger Rabimmel, ey. Das ist die noch eine Etappe. Ich habe die auch noch nicht. Was in Not. Ich habe echt gedacht, ich habe alles mitgenommen. Ja, läuft doch nicht. Nee, hier sind zwei Baumstämme. Ach. Guck dir mal, was da hängt. Was hängt denn da? Die Passagierliste. Ach, na süß. Wunderbar. Da ist die Passagierliste. Yippie. Wir sind nämlich der... Le Blanc. Ich lege mal das Holz hier hin. Ja, nee. Keine Ahnung, wie wir heißen. Dann kann ich das andere nochmal holen. Le Blanc heißen wir. Le Blanc. Le Blanc. Das weiß man mit Nachnamen. Und, ähm... Ich heiße Asu. Wir haben ganz schön viele Leute noch zu finden. Och, die komm... Die findest du schon. Die finde ich, gell? Ja, ja, ja. Zwar nicht mehr so lebendig. Hi, herzlich willkommen. Äh, ja. Alter geht in seinen Wald. In den dunklen tiefen Wald. Finde ich ein Rotkäppchen? So, dann zünde ich mal die Fackel an. Ja. Hallo Erik. Hallihallo Hallöle. Ach, guck an. Ach, auf beidseiten. Haha, ist aber nicht schlecht. Wüsste ich. Beidseitig. Hm, beidseitig. Nicht voll. Hä, ich hab doch einen Bombenfeld. Ach, ich brauch ja immer noch Aloe Vera. Ich bin ja immer noch erkrankt. Oh. Oh nein. Okay, also, wenn's jetzt hell wird, wir gehen auf die Suche. Wir gehen zu der Sommerresidenz. Bist du mal an. Machen wir. Die Krankenschwester kommt näher vorbei. Ja, sehr gut. Ich find das jetzt nicht mehr, René. Ach doch, hier ist es. Ah, ich hab ihn gefunden. Ja, was findest du denn nicht mehr? Mein Holz... Walter sein Holz. Es brennt doch nicht lang. Ach, mach ich was, wenn ich da will. Äh, mir geht's gut. Erik, mir geht's gut. Ich muss den Hasen nehmen. Wir züchten doch ab jetzt Hasen. Ich muss den Hasen nehmen. und ich muss den Hasen nehmen. Und ich muss den weddingen, von denen ich meine Maßnahmenerm 19-2009 bin, Vielen Dank.